Heute geht es um die Serie Ein Käfig voller Helden, die fest in der US-amerikanischen Populärkultur verankert ist. Im Original heißt die Serie Hogan's Heroes in Anlehnung an den Hauptcharakter Colonel Hogan. Die Pilotsendung wurde übrigens in Schwarz-Weiß gedreht und danach entschied man sich dann, die Serie in Farbe fortzusetzen. Hauptdarsteller Bob Crane, der den Colonel Hogan spielt, ist privat ein Jazz-Schlagzeuger und er ist auch tatsächlich bei der Titelmusik an den Drums zu hören. Worum geht es? Nur knapp 20 Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs kann man auf die glorreiche Idee eine Comedy-Serie zu produzieren, die in einem Kriegsgefangenenlager spielt. Nicht zu verwechseln mit einem Konzentrationslager. Tja und da werden die Nazis kräftig aufs Korn genommen. Die Gefangenen unter dem Kommando des ranghöchsten Offiziers Colonel Robert Hogan von der US-Armee gelingt es, eine Art Untergrundzweigstelle zu errichten. In ihrem geheimen Tunnel haben sie so allerhand Annehmlichkeiten, wie zum Beispiel eine Sauna, wie man hier in der Pilotfolge sehen kann. Brauchen Sie vielleicht einen Haarschnitt? Hier gibt's doch wohl keinen Friseur. Sie gehen in dem Lager ein und aus, wie es ihnen gerade passt und verrichten im Auftrag Londons Sabotageakte. So, dann fangen wir mal an. Lebo, du hältst Wache. Niemand wird rein oder raus gelassen. Carter, setz den Laster zurück und lass den Motor laufen. Der Rest kommt mit mir. Nebenbei schleusen sie auch den ein oder anderen Gefangenen aus dem Lager. Tja und das alles passiert unter der Aufsicht des naiv schusseligen Lagerleiters Colonel Klink. Morgen hat doch ihr Boss Geburtstag, nicht? Ja. Und ich wollte fragen, ob sie uns zur Feier des Tages zwei Stunden extra elektrisch Licht für die Quartiere genehmigen würden. Mhm, damit ihr euren Fluchttunnel zwei Stunden länger graben könnt, nicht, ja? Den Tunnel haben wir schon fertig. Wir arbeiten jetzt am Fahrstuhl. Impertinenter Knochen! Naja, man tut, was man kann. Klink ist bei weitem kein Nazi, wie er im Buche steht. Irgendwie hat er tatsächlich das Herz am rechten Fleck, auch wenn er das nicht immer zeigen kann und darf. Sagen Sie Klink, haben Sie mit diesem Abschaum keine Schwierigkeiten? Oberstdeutsch, das ist kein Pakt. Das sind Menschen und die fühlen sich hier wohl und deshalb versucht auch keiner zu flitzen, nicht? Aha. Feldwebel Schulz, der unter anderem für die Barackeninspektionen zuständig ist, ist noch weniger Nazi als sein vorgesetzter Klink. Das Biest von Starlack 13 ist Feldwebel Schulz. Schulz? Ja, ja, wie monnen Sie jetzt das? Ich bin doch immer mit allen sehr freundschaftlich verbunden und teile auch meine Wurst, gell? Sehr freundlich bin ich aber nicht zu den Gefangenen, aber immer sehr korrekt. Ich bin doch nur ein netter Ökig, gell? Nein, nicht zu nett, es gibt auch mal erwatschen und unnachgiebig. Das reicht Schulz. Schulz, den gutes Essen mehr interessiert als Disziplin im Lager, wird von Hogan und Co. derart manipuliert, dass man fast meinen könnte, er ist auch Teil des Untergrundes. Mir geht doch schon wieder irgendwas vor, Körner Hogan. Ich fühl das doch genau und deshalb werde ich der Sache auf den Grund geben. Aber Schulzi, eine Frau kann sie doch nicht tangieren. Sie sind doch immerhin verheiratet. Die Serie wurde zunächst unter dem Namen Stacheldraht und Fersengeld synchronisiert, aber floppte total. Und dann wurde Synchronlegende Rainer Brandt gerufen, um den Kachen aus dem Dreck zu ziehen. Und das ist ihm auch sehr gut gelungen, denn er machte die Serie dann auf Deutsch noch witziger als im Original. Und das ist wirklich eine unfassbare Meisterleistung. Er fand Figuren, die es im Original gar nicht gab, wie zum Beispiel Colonel Klings Wirtschaftlerin Karl Linke, mit der er auch eine Affäre gehabt hat. Also nicht Rainer Brandt, sondern Klink natürlich. Er erwähnt sie oft, aber natürlich sieht man sie nie, denn sie existiert ja gar nicht. Wenn Sie mir helfen, vermache ich Ihnen meine Briefmarkensammlung und meine Wirtschaftlerin, meine Karl Linke, die gibt es gratis dazu. Die alte Schreibe können Sie behalten. Im Jahr 2013 traf ich Rainer Brandt und wir sprachen auch kurz über einen Käfig voller Helden. Hogan's Heroes, also Käfig voller Helden, das hatte schon eine Firma und die haben schon, ich glaube, 100 Folgen synchronisiert. Und das war schön sauber gemacht, aber es war geradeaus wie die Autobahn. Guten Morgen, Mr. Miller, guten Morgen, Mr. Miller, das war ohne Scherz so. Und dann sagte Kirch zu mir, mach was draus. Ich sage, ja, ich habe, das ist sauber, er sagt, mach was draus. Dann kam die Karl Linke ins Spiel. Soll ich dir reden oder willst du? Entschuldigung, ich wollte nur, ne? Also die Form war eigentlich, dass er sagte, Kirch, wir müssen das Ding zum Laufen kriegen. Und da habe ich gesagt, in Amerika hast du die Arbeiten viel mit ihrem, mit dem Akzent. Man merkt, der ist aus Georgia, der ist aus dem Süden, der kommt aus New York. Und wir haben ja auch hier unseren Slang, sächsisch und wir haben berlinisch und so. Kann man das machen? Er sagt, mach, du hast plein pouvoir, du mach was du willst. Und dann bin ich darauf gekommen, weil ich habe mir den Klemperer angesehen, dieser wunderbare Schauspieler. Meiner Klemperer, ja. Und da dachte ich, der ist wunderbar, wenn der also die sächsisch hatten war. Und dann kam dieser dicke Spieß und der schrie danach, ein Beier zu drehen. Also so richtig ur-beierdisch. Und so haben wir die ganzen Dinger dann gemacht. Und dann dementsprechend die Texte völlig verändert, weil es waren Geschichten drunter, wo die über England, die Deutschen über England im Original-Story irgendwas Giftgas abschmeißen. So, und da haben die gesagt, das können wir nicht machen. Natürlich können wir nicht machen. Die haben dann über den Engländern, über den über England Verhütterli abgeworfen, damit sich die Engländer nicht mehr vermehren könnten. Ja, also es ist völlig über Hochmetzer Unsinn. Aber so ging es und so haben wir es gemacht. Jetzt war, weil es ja in einem Lager spielt und die Hauptakteure waren natürlich die Gefangenen. Hogan, der mit seinen vielen Truppen. Und jetzt wurde das Gewicht aber völlig anders, weil die so komisch waren vom Lager, die ganzen Typen, dass wir die wieder ändern mussten, wieder hochheben mussten. Und da haben wir gesagt, ja gut, was machen wir da? Da ist ja also einer, das ist ja eigentlich ein Französisch gewesen, und der immer mit sehr gesucht hat, wie wir die begriffen. Und der andere hat dann Ladeherber. Und damit das wiederhergestellt ist, also völlig über Hochmetz. Also gar nicht, das ist alles über Hochmetz. Das hat nichts zu... Das ist ja vielleicht eine andere Galaxie. Wahnsinn, Wahnsinn. Franz synchronisierte ein Käfig voller Helden Anfang der 90er Jahre zur gleichen Zeit wie die Serie Mesh, und daher haben auch viele Darsteller die gleichen Stimmen. Das ist natürlich sehr aufgefallen, denn ein Käfig voller Helden und Mesh lief Anfang der 90er Jahre hintereinander auf der Kabelkanal. Hier eine kleine Gegenüberstellung von ein paar Stimmen. 477 Mesh Corporal O'Reilly. Hey Sparky, wie geht's dir denn? Wie läuft's denn so im Hauptquartier? Ich mach mal so, als ob ich ein Foto mache. Aber da ist nichts zum Fotografieren in der Kamera, sondern eine 37er Kanone, eine abgesägte. Das blubbert so schön. Nein, Sie reden nicht zu schnell, Flatt. Überprüfen Sie noch mal die Liste, dass wir auch nichts vergessen haben. Sieht aus wie ein Splitter im Rückenmarkskanal. Wenn ich da reingehe, können wir in 24 Stunden nicht transportieren. Aha, die Drähte sind alle durchgeschmort und aha, ich kann es nur reparieren, wenn ich eine neue Leitung in Klinks Büro legen kann. Nur militärische Ausrüstung. Die Halsspirale ist aus dem Munitionslaster, der Trichter ist aus dem Generatorenhäuschen und der Filter ist eine zerrissene Unterhose. Und wo wir schon mal so schön bei Mesh sind, der Darsteller des Fadermal Kay, William Christopher, ist auch das ein oder andere Mal bei ein Käfig voller Helden aufgetaucht. Oberst, wir filmen alle Kriegsgefangenenlager. Für das Ufa-Archiv. Ufa? Wo die ganzen Filmstars sind? Kennen Sie denn welche von denen? Gestern filmte ich Clara Zylinder. Ja, mein Zahnerli an Berlin hat ihn etwas vernebelt. Ein Käfig voller Helden von Al Ruddy und Bernard Fine brachte es auf 168 Folgen in sechs Staffeln und wurde von 1965 bis 1971 produziert. Eine Folge dauerte rund 25 Minuten. Die Erstausstrahlung in den USA fand am 17. September 1965 statt. Im deutschen TV war sie erstmals am 22. März 1992 auf Sat.1 zu sehen. Natürlich noch in der alten Crab-Synchro, die ich leider nicht vorliegen habe. Falls der unwahrscheinliche Fall eintreffen sollte, dass ein Zuschauer eine Folge mit der alten Synchro vorliegen hat, dann würde ich mich natürlich privat sehr freuen, wenn er sich im Forum melden würde. Schon mal ganz herzlichen Dank dafür. Massengeschmack TV. Gleich anmelden und 14 Tage kostenlos testen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017